Es ist kein Wunder, dass Deli die Schuhe so festhält, ne? Die scheinen dir zu gefallen, ne? Aber gefallen die dir auch, weil da nämlich ein Ferrero-Küsschen reingefallen ist? Warst du die deswegen so lieb? Oder hast du die auch ohne Ferrero-Küsschen lieb? Oh, meine Rasselbande, ne? Die werde ich da auch nicht mehr rauskriegen, ne? Und Schnauzi und Dings sind hinten im Schlafzimmer und schlafen. Hier habe ich einen Schlüsselanhänger dran gemacht an die Tasche. Ich sehe schon, hier ist ein Schleifchen abgegangen. Huch! Muss ich mal gucken, war bestimmt hier oben dran. Wollen wir noch wieder Feste machen. So, mal da hin. Hä? Kleine? Hier Kleine? Du bist hippie, ne? Du bist hippie, ne? Hi, Schnauzi-Bauzi. Du bist aufgeregt vom Auspacken, ne? Ich habe noch nicht mal den Ofen hier angemacht, ne? Noch nicht mal kalt. Der Knüller. Ja. Oh, kann ich jetzt das Bettchen mal schön machen für dich? Ja? Oder wird es jetzt auf der Jacke liegen? Das ist aber eigentlich kein Hundebett. Das ist eigentlich eine Jacke für mich. Eigentlich. Ja, mal gewinnt man, mal verliert man. Hm? Hm? Hast du schnell hier hingelaufen? Hm? Hast du Ferrero Küsschen gehört? Na, wo geht es hin, kleiner? Husch! Hm? Dann kann ich das Bettchen...